Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wobbly Live. Am heute Tag, zusammen mit Jumbo, let's play! Oh moin Leute! Menge, Menge, wo bist du denn? Ich bin im Himmel. Hier oben? Ja, ich bin auf der nächsten Ebene der Existenz angekommen. Bist du nicht, weil du bist so blind, Geschenke zu finden. Leute, wir haben es mitbekommen. Wir haben zwei Geschenke übersehen, die werde ich jetzt schnell einmal einsammeln. Kurz zur Info, Menge kommt gleich, der hat gerade noch ein paar wichtige Sachen zu tun. Bei ihm sind die Handwerker. Ja, in meiner Hose. Ja, die arbeiten da kräftig. Ich will das Geschenke auch haben. Hol mal einen Helikopter und komm mal zum Start damit, bitte. Dass ich dich einfach abhole? Richtig, ja. Du bist so ein richtig fauler Typ. Du kannst doch nicht jetzt ein Geschenk einfach ohne mich sammeln. Ja, ich brauche das Geld. Ich habe nur 2000. Du bist der reichste Wobbly Live-Spieler der Welt. Ja, du willst davon was abhaben oder nicht? Deswegen mach mal was dafür. Nee, kann man Geld schenken? Keine Ahnung. Oh, hier ist auch noch das Wobbly Live-Quiz. Leute, weiterer Plan, nachdem wir ein krasse Geschenke uns gegönnt haben. Der Maya-Tempel. Weil, ihr habt gesagt, da gibt es noch mehr Geschenke. Und es gibt irgendwo ein Dino-Kostüm. Leute, weitere Tipps und Tricks bitte in die Kommentare. Ja, ich bin, glaube ich, ich bin hier bei Oma. Oma, ich komme. Ich hole dich ab. Ich bin jetzt fast. Ich habe es fast. Ich habe es fast. Ja, warte. Warte, ich versuche jetzt hier kurz zu landen bei Oma. Ja. Okay, ich bin gelandet, Mängel. Ich komme jetzt. Wo kann ich hier rein? Kabe doch mal richtig. Kannst du nicht die Leute so anschreien? Ja, doch. Hallo, Oma. Ich bin wieder da. Goll, lass dich muddeln, Oma. Deine Oma hasst dich. Ja, Oma, die ignoriert mich völlig. Ich klebe an ihr dran. Na und? Klaue ich Omas Fernseher. Ich passe nicht durch die Tür. Hat so viele Zimtschnecken. Ja. Ich habe Omas Fernseher. Was machst du da? Ja, ich habe Oma beklaut. Sorry, Oma, ich gebe ihn wieder zurück. Nein. Sag mal, wie lange brauchst du denn jetzt, um hier reinzukommen? Ja, ich bin jetzt da. Trinkenschluck. Mini Paluten kriegt auch einen Lüden. Oh ja, mach ihn das. Ich bin da. Ach, da bist du. Hey, warte, 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 warte. Ey, lass mich doch fliegen. Okay. Völlig panisch. Gut, ich bring mich jetzt endlich dahin. Okay. So, du musst nichts machen. Ne, bist du ekelhaft. Wie, du was hast? Hallo? Ja, hast du dich mal angeguckt? Ja, hast du dich schon mal angeguckt? Ja. Ja. Bin süß. Ne. Du bist hässlich. Ja, du hast angefangen. Du machst auch immer nur Quatsch. Ne. Doch. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, also. Du öffnen und da rein, oder? Nein, 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 nein. Also, es war schon, es war ein bisschen, wirklich ein bisschen doof. Leute, aber eine Sache. Bitte schreibt da nicht irgendwie sowas. Oh, das war jetzt total getriggert. Ach, Leute, ich bitte euch. Da hat er kurz mal ein bisschen was übersehen. Wir waren mittendrin, Alter. Ich habe ja oftmals nur Augen für Menjul. So, also, ich bin bis hierhin gelaufen. Und dann habe ich halt hier so, und dann, ja, hier ist nix. Und dann habe ich mich umgedreht. Und hier ist eins. Also, hier war ich doch nie. Ja. Hier ist eins. Oh, doch, ich habe es. Ja, ich habe es ja auch. Hä? Ja, und ich war halt schon hier oben. Und ich bin halt hier so nach links wieder. Ja, egal. Warte, nee, warte. Ich verstehe gerade nicht. Ich habe es doch. Du hattest es? Ich hatte es, ja. Wie, du hattest es? Ich hatte es doch nicht. Wo ist das zweite? Hast du nicht gesagt? Ach so, ja, komm mit. Folge mir. Ja, ich halb. Ach so, folge. Oh nein. Nicht damit, bitte. Nee, du kannst den Helikopter. Wie geht das denn? Wir heben mal ab? Ja. Oh, Maus. Also, und wir müssen zum Leuchtturm. So, warte. Hier versuchen wir zu landen. Das wird bestimmt funktionieren. Ja, doch, ich kenne mich aus. Ja, runter, 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 runter. Runter. Oh. Gelandet. Nein, geh weg. Mach mich nicht kaputt. Mach mich nicht kaputt. Mängel, mach ich geprankt. Alter. Was sind die denn für Götter? Bitte hören Sie auf. Oh nein, ich sehe ihn. Ich habe ihn ausgelöscht. So, und jetzt hier, hier einmal stoppen. Und jetzt, genau, nicht kaputt machen, weil dann können wir mit denen direkt zum Maya-Tempel fliegen. Ach so, ah. Ja. Das ist sehr schlau dann. Ähm, also. Oh nein, Mängel. Was? Oh, Mann. Ich habe doch gesagt, du machst immer nur Quatsch. Mann. Das ist meine Lieblingsszene aus dem ganzen Projekt. Ich habe dich da gesehen und der Winkel und alles. Oh mein Gott, war das schön. Hol mich bitte ab. Okay, ich fahre. Wo bist du denn? Nee, ich komme. Ich bin hier. Ach. Hallo. Ha, eine Kruse. Kleine Ratte, du. Nein. Der hat hier mein Flugzeug umgefahren. Ja, der fährt sogar immer noch gegen. Guck mal. Ja, er soll mal aufhören. Ich lösche ihn. Warte, nein, nein, nein. Hör auf, hör auf, hör auf. Hä? Hier? Nee, ich glaube, wir müssen da drauf. Ich lösche ihn. Ich habe, oh nein, ich bin in dein Ding rein. Wir müssen da irgendwie hoch. Da oben drauf, meinte irgendwie vielleicht jemand. Ja, und wie willst du das schaffen? Warte, ich gucke mal. Warte mal. Okay, ich probiere es auch mit meinem Jet. Boah, können die mal bitte alle weggehen? Du darfst halt nicht da mittendrin parten. Ja. Meins wird hier nicht angefahren. Warte mal, ist hier, oder gibt es noch einen anderen Leuchtturm? Nee, hier ist nicht, hier ist keins. Oder gibt es noch einen Leuchtturm? Stimmt, das könnte sein, ja. Weil ich sehe jetzt hier keinen. Nee, never ever. Oh Gott. Ich gucke noch mal nach einem anderen. Nee, vor allem, da hatten wir nicht sogar mal die Leuchttürme so ein bisschen angeschaut. Weil da war ja auch unsere Theorie mit Sicherheit, dass da was ist. Also, falls ihr noch eine Idee habt, wie und ob wir, was wir da übersehen haben. Ach, da hinten. Hier vorne. Hier ist noch einer. Hier ist noch ein Leuchtturm. Ja, 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 ja. Hier war das auch. Ich fühle mich trotzdem geprankt. Scheiße, hier kann ich nicht landen. Ich werde drauf gehen. Nee, ich muss landen. Weil wir wollen ja unbedingt zur Maya-Insel. Ja. Ja. Falls du es nicht schaffst, habe ich ja noch einen Try. Uff. Okay, ich bin erfolgreich gelandet. Okay, ich versuche was richtig Riskantes. Ja, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hier rechts, 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 rechts. Wo ist rechts? Da. Achso, nein. Oh. Äh. Was ist das denn? Ich habe nur. Ich bin einfach wie so ein Stein gefallen ist. Ja, ja, ja. Aber egal, das war perfekt. Jetzt bin ich genau da abgeprallt. Und da muss eins sein. Wenn da keins ist, wurden wir verarscht. Ja, dann wurde ich doppelt verarscht. Boah, Mann, du bist echt hässlich. Hä? Du bist doch der Zugerotzte. Nein, bin ich nicht. Eine Ratte. Ja, da war eins. Ah, sehr gut. Oh, let's go. 673. Okay, dann können wir jetzt ganz easy going. Aua. Bitte hilf mir. Ja, hab ich doch. Ah, ja, sehr nett. Bring mich einmal bitte zu meinem Raumschiff. Okay, das ist kein Raumschiff. Doch. Finde ich schon. Sag mal, wie lange bin ich denn bewusst los? Ja, du musst dich bewegen. Ach so. Ah. Sehr nett, danke. Er schläft aber weiter. Nee, ich dachte, dass ich dann vielleicht einfach irgendwann wieder lebendig werde. Okay, du musst dich festhalten. Ja, warum? Nein, 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 nein. Ach so, stimmt. Das ist ja kein Zweisitzer. Ja, 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 klar. Ach, du Kacke. Ja, das klappt. Ja, warte, dann würde ich gerne eine richtig schöne, warte. Ja. Ja, reicht schon. Und let's go. Ach so, warte, wir können hier vorne, dann können wir schlafen. Ah, das wird schwer. Ja, warte, 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 warte. Nee, 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 nee. Ich kann das. Ich kann das. Oh nein. Aua, aua. Ja, guck, perfekt. So. Oh, Hilfe. So, komm mit. Komm mit zu mir nach Hause. Wir machen eine Übernachtungsparty. Wo ist mein Haus? Wo lebe ich? Ja, aua. Ich weiß nicht, wo ich lebe. Da links sehe ich auf jeden Fall ein Haus, wo man durchgucken kann. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es ist nicht, wie zieht mich das hier an? Wo ist Oma? Das ist eine gute Frage. Das kann ich ja nicht sagen. Ah, ich habe es hier bei mir. Hier bei mir. Hier lebe ich. Hä, hier ist auch. Aber der Mond ist schon. Ich bin auch in einem Häuschen. Aua. Das ist doch nice. Ich hatte recht. Ich bin zu Hause, in einem Bett. Ja, aber ist ja okay. Dann startet es. Ich rübse im Schlaf. Ach Gott, ich scheiße, das ganze Bett voll. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Das riecht es immer, ne? Ja, ich wasche es immer. Das ist das größere Problem. Glaubst du, die verschwinden immer automatisch, magisch? Dachte ich, ja. Glaubst du, Gandalf kommt vorbei zusammen mit Dumbledore? Komm, steig ein. Das geht nicht. Warte, ich halte mich fest. Warte, ich halte mich an dir fest. Warte. Ey, warte doch jetzt. Ja, dann mach doch. Ja, ich, gib mir doch mal eine Sekunde. Ich will doch an deinem Kopf hängen. Alter. Okay, so. Ah, angenehm. Alter. Wir eiern richtig. Ah, nein. Menge, das klappt so nicht. Du machst immer Quatsch. Okay, ich glaube, hier drüben muss auch irgendwo der Maya-Tempel sein. Ah, ja, okay. Frage hat sich ja übrig. Ich krieg ein bisschen Angst hier oben. Das ist gefährlich. Nein, das ist super. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ah, uh, das wird... Warte. Warte. Du fliegel fällst geil wie ein Stein. Ne, ne, ne. Ich richte runter. Oh, Junge, wer ist der beste Einparker der ganzen Welt? Plälo. Dann, oder? Plälo. Plälo. Wir fahren. Ah, 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 ah. Ist hier Walter drin? Walter weit? Ne, ist er nicht. Was ist da gerade gesprengt worden? Weiß er nicht. Komm her, wir betreten den Tempelmängel. Den heiligen Tempel der Mayas. I will always... Herr Mayas Tempel, wir erfordern deine Öffnung. Der öffnet sich nicht. Warte, kann man das drehen? Ja, warte, hier. Ne. Vielleicht müssen wir... Ah, genau, nimm du auch mal die andere. Ja. Hä? Wieso? Ich dachte, wir kommen ja direkt rein. Wie kommen wir in den Tempel? Oh nein. Das ist bestimmt irgendein... Rätsel. Ja, das ist bestimmt ein Rätsel. Komm, mach doch auf. Ah, du kleiner Troddly. Was denn? Mordly. Bleib oben. Wo oben? Ja, oben, wo du bist. Ja, was ist denn da? So ein Troddly, ey. Keine Ahnung. Vom Leben. Ah, wir sprengen das auf. Ja. Oh Gott. Du bist so schlau. Ja, krass, ne? 5000 IQ. Und... Ui. Ja. Ja, das war... Der Tempel. Der Ma... Der Maia. Okay, Leute. Das war's mit einer kleinen Runde von Robby Live. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Kommt rein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.